Guten Tag Leute, so ich werfe jetzt gleich einen Stream an, ein bisschen Minecraft so zwischendurch oder nicht zwischendurch, sondern auf Vorbereitung auf den festlichen Tag ein bisschen runterkommen ist für jeden auf jeden Fall schon mal ein Angebot. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, also bis gleich auf Twitch zu Minecraft. Bis gleich.